Es gibt zwei Regeln, um eine Sprache gut zu lernen. Erstens keine Vokabeln, zweitens keine Grammatik. Aber der durchschnittliche Kinderkopf ist vor der Pubertät nicht für Größen, Mengen und Distanzen bereit. Wenn mir in der Schule einer gesagt hat, weil es so ist, weil ich der Lehrer bin, weil es im Stundenplan steht, ich war schon in Kampfstellung. Der war in der Schule Referats betreibt, weil er so nervös geworden ist, dass er in Ohnmacht gefallen ist, wenn er nur vor die Gasse gegangen ist. Nie wieder Pauken in Rekordzeit zum Lernerfolg. Riccardo Leppe, revolutionäre Methode. Hallo Riccardo, ich grüße dich. Grüß dich, hi aus Österreich. Schön, dass du heute bei uns bist. Riccardo, was hat dich denn dazu inspiriert, dich intensiv mit Lerntechniken überhaupt zu beschäftigen? Ich muss sagen, das, was ich jetzt mache, wollte ich eigentlich gar nicht machen. Aber wie heißt es so schön, willst du Gott zum Lachen bringen und erzählen von deinen Plänen? Genau. Ich bin irgendwo hingeschnitten worden darauf, weil ich sowohl Freilernen erlebt habe, Homeschooling, als auch das staatliche Schulsystem. Und meine Eltern zumindest Basics wussten, wie man anders lernt. Ich habe auch die ersten Jahre zu Hause eben verbracht mit nur 30 Minuten pro Woche Lernen. Und das geht eben nur, wenn du dich damit beschäftigst, wie funktioniert dieses Gehirn. Und du kennst das von manchen Kindern, die können sich 500 Pokémon mal schnell auswendig merken oder bei einer Serie alles. Aber drei Buchstaben einer Chemieformel, die sind dann zu viel im Kopf. Das heißt, es liegt nicht am Kindergehirn, sondern es geht um dieses Wie. Und da wusste ich zumindest damals schon die Basics. Habe einen normalen Schulabschluss gemacht und dann bin ich ein Berufszauberer geworden. Und in der Zauberei für Erwachsene, wenn du auf der Bühne stehst, dann musst du performen können. Da kann es nicht sein, dass du jemanden auf die Bühne bittest und dann dreimal nachfragen musst. Du, wie heißt denn du? Ich habe es vergessen, können wir noch einmal? Oder ich lasse dich eine Karte ziehen und nach fünf Minuten sage ich, du kannst mir den Trick wiederholen, ich habe vergessen, welche Karte du gezogen hast. Das ist in dem Job nicht sehr gut. Das heißt, dort ist auch in den Basisbüchern für die Zauberei, die man eigentlich in jeder Bibliothek bekommt, ist sowas wie Memotechnik, Lokitechnik, Zahlenmerken oder Speedreading, was ganz Normales. Und mit dem, was ich vorher schon gewusst habe, plus das, was aus der Zauberei kam und ich allgemein sehr wissbegierig bin und interessiert bin für verschiedene Dinge auf dem Planeten, war immer das Thema, wie kriege ich Informationen noch schneller in meinen Kopf hinein. Und das wollte ich eigentlich nur für mich. Ganz ehrlich gesprochen, es war nie gedacht, dass das in die weite Welt hinausgeht. Ich habe auch nicht gewusst, wie es den meisten anderen Kindern in der Schule geht, weil ich dachte, hey, das ist so Basiswissen. Es kann ja nicht sein, dass die das nicht wissen. Und ja, dann bin ich mit 25 per Zufall in eine Schule reingestolpert, habe das angefangen, denen dann zu zeigen, weil mich eine Lehrerin eingeladen hat. Das ist dann eben nicht so gewachsen, sondern so in alle Richtungen irgendwie gleichzeitig. Und dann habe ich über 50.000 Kinder gefragt, wie sie sich Schule und Lernen und Bildung vorstellen, habe da auch Schulmodelle gemacht, habe daraufhin wieder weitere Techniken weltweit zusammengesucht, um gewisse Probleme zu lösen. Ja, und heute bin ich hier. Schnelle Antwort darauf, warum Lerntechniken oder wie ich auf die gekommen bin. Sehr schön. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, was genau deine Turbo-Technik für den Lernerfolg auszeichnet? Also du brauchst ja je nachdem, was du machst, ob das jetzt Vokabellernung ist, ob das jetzt Namenmerken ist, sind es ja teilweise verschiedene. Und es geht eigentlich gar nicht so sehr um eine Technik, sondern um basisbiologisches Wissen, das wir seit Ewigkeiten haben. Jetzt weiß ich gar nicht, bist du zufällig Mutter? Zufällig nicht, nein. Du kennst einige Mamis, ja? Und wie ihren Kindern etwas beibringen, da hat ja keiner einen Kurs besucht mit, wie bringe ich meinem Kind die Muttersprache bei oder die ersten Worte bei. Das läuft alles automatisiert. Und diese Basics, die die machen, um die geht es eigentlich. Wenn wir die weiterführen würden im Schulsystem, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Basisdinge des Lernens sind sehr einfach. Wir lernen über die Beziehungsebene. Das heißt, mag ich dich, vertraue ich dir. Und wenn dann der Lehrer reinkommt, gut, morgen schlägt er auf das Buch auf Seite 24, da kannst du den Rest schon knicken, es ist vorbei. Stell dir mal vor, das erste Date mit deinem Partner läuft eben genau so ab. Er sagt, ach, ich bin der Max und ist dann gleich wieder weg oder ist zu spät und sagt am Schluss noch, Alte, du zahlst. Vergiss es. Also wenn diese Beziehungsebene nicht funktioniert, nimmt das Gehirn Information nicht gerne auf. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Vorbild-Ebene. Lebt er das, was er sagt? Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sage, ich verkaufe Bodybuilding-Kurse, wird es schwierig, weil ich sehe verdammt nochmal nicht aus wie ein Bodybuilder. Du jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, es wird auch schwierig. Und das machen wir mit Kindern. Wir bemühen uns, eine Beziehung mit denen aufzubauen. Das machen wir vor allem, wenn ihr jünger Kinder sind, stellen wir uns vor und bemühen uns, dass wir mit den Zeitverbringern, dass wir uns etwas aus unserem Leben erzählen. Und dann sagen wir Dinge wie, mach mal wie Papa. Schau mal, was Mama macht. Mach doch mal mit. Also wir machen Vorbild-Ebene. Wir machen etwas vor und bemühen uns, dass der andere das nachmacht. Und wenn das gegeben ist, gibt es noch vier weitere Aspekte, die das Gehirn braucht, um Informationen effizient aufnehmen zu können. Das Erste sind Bilder. Dann ist es Lustiges, Emotionales und Verknüpftes. Und das machen alle Eltern mit Kindern vollkommen automatisiert. Abgesehen davon, dass natürlich die Beziehungs- und Vorbild-Ebene bei niemandem stärker ist als zwischen Eltern und Kind. Und dann, wenn wir jetzt in die anderen vier Aspekte reingehen, bildhaft. Heißt ja Bildung, nicht Ausbildung, so wie es der Staat gerne nennt. Bilder, Bildung, Visionen. Wir sagen dann zu den Kindern, schau mal, Schatzi, der große Baum, das rote Auto, siehst du, das ist ein Telefon, das ist eine Spielkarte, das nennt man Stift. Wir machen das aber immer so, dass das Kind etwas sehen kann. Wir würden nie sagen, diese Formel musst du jetzt auswendig lernen, wenn du in 23 Jahren in China-Architektur studierst, könntest du die im zweiten Semester eventuell mal brauchen. Das macht im Hirn nichts. Da hat das Gehirn ein Riesenproblem damit. Ich kann es ja auch ganz einfach mit dir testen. Schließ doch mal bitte die Augen. Drei einfache Fragen, wo du dir bitte ein Bild dazu vorstellst. Das erste wäre bitte ein Bild von deiner Mutter. Geht das? Ja. Ein Bild von Burkina Faso. Wenn du nicht weißt, was das ist, das ist ein Land in Afrika. Und das dritte, ein Bild von Ollante Tambo. Augen wieder auf. Was ist gerade passiert? Deine linke Hirnhälfte, die hört mir zu und nimmt die Information auf. Und die stellt der rechten Hirnhälfte eine sehr einfache Frage. Liebe rechte Hirnhälfte, hast du was? Eine Information, ein Bild, was lustiges, einfach irgendwas, was ich nutzen kann zu dem, was der gerade gesagt hat. Und wenn die rechte sagt, nein, sagt die linke, dann schmeiße ich das in der Sekunde wieder raus. Das erste konntest du nicht vergessen haben, weil da sind so viele Verknüpfungen in deinem Gehirn angelegt, so nervös kann ich dich nicht machen. Also das probieren mit siebenjährigen Mädchen auf der Bühne vor Lehrern, die weiß immer noch erst, das war die Mama. Beim zweiten hätte ich in deinem Fall eine 50-50 Chance, ob du noch weißt, was das ist, weil ich habe dir eine Verknüpfung gelegt, was es ist. Weißt du das zweite noch? Ja, ein Land in Afrika. Siehst du, Land Afrika hat Verbindungen erzeugt, hat auch Bilder erzeugt, nicht immer die Aussagen in deinem Kopf. Und damit konnte dein Gehirn arbeiten. Burkina Faso ist weg. Ich hätte aber auch sein können, dass es noch da ist, weil eine Verknüpfung gewesen ist. Beim dritten weißt du gar nichts mehr. Weißt du noch Anfangsbuchstaben per Zufall? Ich glaube C oder K. ist eine Region in Südamerika, in Peru, wo ich mal war. Aber genau das passiert eben im Gehirn, wenn man kein Bild, keine Verknüpfung erstellen kann. Dann schmeißt das Gehirn was raus. Und wenn du dann in der Schule mehrere solche Begriffe pro Stunde bekommst, manchmal sechs bis acht Stunden am Tag, kommen manche Kinder nach Hause und dann hörst du den Satzatzi, was hast du heute gelernt und die sagen nichts und dann glauben wir, wir sind blöd. Stimmt nicht. Es geht darum, wie kommt es an? Und wir brauchen einen Bildungskopf. Dann ist das das Zweite blöd, dumm, abstrus, lustig. Stell dir vor, hinter dir kommt jetzt jemand, der schüttet dir einen Coca-Cola über den Kopf. Die ganze Flasche. Mitten in der Live-Sendung und das geht ins Internet. Ich schwöre dir, wenn du im Altersheim sitzt, das weißt du noch. Wer hat in der Schule wem den Zahn ausgeschlagen? Wer hat wo Mist gebaut? Je dümmer, desto besser fürs Gehirn. Deswegen blödeln wir mit Kindern. Wir nennen das auch so. Drittens, wir emotionalisieren. Schatze, das hast du toll gemacht. Nimm das doch mal morgen mit zu Papa. Der freut sich so, zeig das mal Oma, die hat doch immer so Spaß daran. Das heißt, wir emotionalisieren das, was gerade vor uns ist. Und viertens, wir verknüpfen es mit Dingen, die das Gehirn schon kennt. Also, jetzt erlebst du, aha, Kind kennt, schau mal, ich habe normal immer in Reichweite was, eine Spielkarte nicht. Das Kind weiß nicht, was eine Spielkarte ist. Dann kommen Sätze wie, Schatzi, das kennst du von, das ist ähnlich wie, das nutzen wir bei, das hast du gesehen dort. Das heißt, wir verbinden es mit allem, was das Gehirn schon verarbeiten kann. Und wenn man diese Grundaspekte einbaut, und das geht auf jeden Schulstoff, das beweise ich seit Jahren, ob das Physikformeln ist, ob das Jus-Studenten sind, oder ob das das 1x1 ist, dann ist das meiste der Probleme schon erledigt. Aber das Thema ist, dass das eben genau nicht gemacht wird, und du deswegen wahrscheinlich auch die meisten Physikformeln aus deiner Schulzeit nicht mehr weißt, weil sie eben nicht in diese Kategorien gefallen sind. Und dann glauben wir oft, es liegt an uns, und ich habe halt kein Talent für Mathematik oder sonstigen Blödsinn. Ist nicht unser Fehler. Wir haben denn deine persönlichen Erfahrungen als Kind, dein Verständnis und auch deine jetzige Methode des Lernens beeinflusst. Hast du dich da auch so ein Stück weit zurückerinnert, wie es bei dir war? Ja, also für mich war das normal, dass ich sehr schnell lerne. Und ich habe damals nicht gesehen, wie es den anderen Kindern gehen muss. Ich habe schon gemerkt, die sind langsamer, aber du siehst ja dann nicht, wie lange büffeln die zu Hause oder wie lange sitzen die an den Hausaufgaben und so. Das siehst du ja nicht wirklich. Und du bist dann auch in der Pubertät, du bist verliebt, du hast ein anderes Sorgen, dein Körper wächst plötzlich, du fängst an mit der Zauberei, du überlegst dir, was mache ich beruflich mal machen. Ich habe nicht so einen Blick gehabt, wie es den anderen wirklich geht. Ich habe erst, wie ich dann plötzlich mit 25, 26 wieder in Schulen gegangen und bin gemerkt, oh, und dann mich zurückerinnert an meine Schulzeit, da habe ich gedacht, oh, da gibt es Parallelen, ja stimmt, das hatte der auch, ja stimmt, die hat sich dann immer schwer erinnert. Ja, die hat immer gesagt, die lernen zu lang, ja, die Mutter hat das auch. Und dann habe ich erst gemerkt, was das für einen Unterschied gemacht hat und wie anders das bei mir überhaupt abgelaufen ist. Aber es ist erst sehr viel später passiert. Du hast ja gesagt, dass Humor, Rumplödeln, eine sehr große Rolle bei den Lerntechniken spielt. Wie sieht es denn aus mit Emotionen? Also ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass gerade Kinder, die eher, ich sage jetzt mal, aus sozial schwachen Verhältnissen oder aus schwierigen Verhältnissen kommen, das Lernen auch meistens schwerer fällt als Kinder, die aus einem sehr, sehr, sage ich mal, sicheren Umfeld kommen. Jein. Also ich sagte ja schon, also es sind Bilder, lustiges, Emotionen, Verknüpfungen, also Emotionen ist definitiv und klarer Part, dass mit dem, wie es den Eltern ist, da geht es darum, dass wir an der Vorbild-Ebene leben und lernen. Das heißt, Eltern, die eher in einem, sagen wir mal, sozial schwachen Umfeld sind, die repräsentieren das auch und die Kinder lernen eben genau das. Ja. Also die sind jetzt nicht blöder wie alle anderen, da gibt es jetzt keinen Verteiler. Also ich sage das auch immer zum Spaß, wenn manche sagen, ja, in Indien sind die Matte Genie oder in Südkorea nicht bei uns, ich sage, da sitzt kein Verteiler, der sagt, oh, du bist ein kleines Baby, du bist ein Mathe Genie, ich schicke ihn nach Rindien, du bist ein Mathe-Depp, ich schicke ihn nach Deutschland. Also so passieren diese Dinge nicht. Wir lernen an dieser Vorbild-Ebene, wir nehmen das auf, was in unserer Umgebung ist. Man kennt es ja auch, wenn alle im Umfeld sportlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind sportlich wird, sehr hoch. Umgekehrt, wenn alle dickleibig sind oder alle rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, weil wir eben über Nachahmen, über die Spiegelneuronen, Dinge aufnehmen. Hat nichts mit Gehirnintelligenz oder sonst irgendetwas zu tun, sondern einfach nur mit der Umgebung und ein Kind aus Armin-Verhältnissen kann fünfmal besser sein in der Schule oder beim Lernen oder beim Intelligenztest als andere, aber es fordert es meistens nicht, weil es das nicht sieht und was wir nicht sehen und nicht wahrnehmen, dort gehen wir nicht hin. Das ist wie beim Lernen, die meisten kennen Schule oder Schul. Und wenn manche sagen, ja, Homeschooling funktioniert doch nicht oder Freiländer oder was auch immer, sag ich, hast du es probiert? Hast du es schon mal erlebt? Nö. Sag ich, worüber diskutieren wir dann? Oder Menschen, die sagen, ja, bei uns im Land haben wir das beste Bildungssystem aller Zeiten. Und ich sage, hast du dir andere Länder angesehen oder andere Bildungssysteme? Nein. Sag ich, dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Und diese Kinder sehen oft nur eine Art des Lebens. Dann machen sie das eben nach. Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben, wie man Vokabeln, zum Beispiel einer Fremdsprache, ohne stupides Auswendiglernen, effektiv lernen kann? Ich stelle eine Gegenfrage. Ich meine, ja, kann ich, habe ich auch viele Videos dazu. Hast du deine Muttersprache erlern? Ja, also meine Mutter. Zweisprachig aufgewachsen sind. Kennst du Menschen, die zwei oder drei oder zumindest mit einer Sprache aufgewachsen sind, die Vokabel gelernt haben? Nein. Naja, also nicht effektiv. Also nicht durch stupides Auswendiglernen. Das heißt, wir haben alle eine oder zwei Sprachen gelernt, ohne Grammatik, Vokabel, Bücher, Lehrer und Nachhilfe. Wir machen es nachher genau mit diesen fünf Dingen und wundern uns, warum es nicht funktioniert. Ich glaube, die Vera Birkenbihl war die erste, die gesagt hat, es gibt zwei Regeln, um eine Sprache gut zu lernen. Erstens keine Vokabeln, zweitens keine Grammatik. Also ich würde, wenn ich eine Sprache angehe, mir gar keine Vokabel mehr so aneignen. Wenn man sich ansieht, wie Sprachenlernen funktioniert, wie effizient das Eltern mit Kindern machen und wie die Gehirnabläufe sind, dann wirst du merken, du brauchst Vokabel nicht. Jetzt ist allerdings das Problem, dass viele das so kennen aus der Schule, dass es nur über Vokabel läuft. Also habe ich trotzdem einiges an Videos gemacht, wie es auch mit Vokabeln schneller geht. Soll ich das trotzdem erklären? Ja, es wäre schön, weil ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt schwer vorstellen. Also klar, wenn ich ein Kind bin und meine Eltern sprechen sowieso diese Fremdsprache oder mein Partner, weil ich jemanden kennenlerne, der aus einem anderen Land kommt, dann ist es natürlich relativ einfach, weil ich es ja immer wieder höre. Aber wenn ich jetzt alleine lebe und ich sage, ich will jetzt gern Spanisch lernen oder Russisch oder was auch immer und ich habe aber niemanden in meinem Umfeld, der diese Sprache spricht, wie kann ich sie dann lernen? Indem du Spanisch laufen lässt. Wenn du drei Wochen in Spanien bist, verstehst du plötzlich den einen oder anderen Satz und du verstehst gar nicht, warum. Das kennt jeder. Ich habe selber drei Jahre im Beruf verbracht, als Kind, ich verstehe Spanisch, ich kann dir aber nicht sagen, in dem Satz, was was bedeutet, aber ich weiß, was der gesagt hat. Weil das Gehirn unterbewusst so eine Sprache lernt und aufbaut. Über passives Zuhören. Darüber lernen wir die Sprache. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir 90% der Vokabelzeit und sonstiges weglassen. Das heißt, der Trick wäre, das was Eltern mit Kindern machen, du lässt dich zuschalen im Hintergrund. Nicht aktiv, so, ich höre mir jetzt einen spanischen Podcast an. Nein, du gehst essen, du gehst am Computer was arbeiten, bearbeitest deine E-Mails, gehst abwaschen, kochen, was auch immer und im Hintergrund läuft das. Und dann baut dein Gehirn im Hintergrund dieses Sprachgefühl auf. Das ist ja wie in der deutschen Sprache. Wenn ich dich jetzt wahrscheinlich deutsche Grammatik abprüfe, wirst du wahrscheinlich scheitern. Wenn ich dich frage, hey, ist der oder der Satz richtig, kannst du mir das sofort beantworten, aber nicht aus dem Gehirn, sondern aus dem Bauchgefühl. Wenn ich sage, helfen bitte mir du, sagt jeder, das ist falsch. Ich sage, ich nenne mir die grammatikalischen Regeln, wie dieser Satz richtig zu stellen ist. Die weiß fast niemand, wenn du nicht Deutschlehrer bist. Aber aus dem Bauchgefühl kannst du ihn sofort richtig stellen. Und es geht darum, dieses Gefühl für die Sprache, das ich alleine beim Gehör schon mitbekomme, ob was richtig oder falsch ist, das in den Bauch hinein zu bekommen. Und das geht rein über passives Zuhören. Und erst dann, irgendwann, viel später, können wir über Vokabeln sprechen. Und dann auch über dieses Zuhören, das dann irgendwann einmal, wenn du das Gefühl hast, nachsprechen. Also wie ein Kind. Das Kind fängt an, erst zu sprechen und viel später erst zu schreiben und zu lesen. Und wir drehen diese ganzen natürlichen biologischen Mechanismen um und wundern uns, warum dann Vokabellernen keinen Spaß macht oder warum es nicht hängen bleibt. Wenn wir jetzt trotzdem zu Vokabellernen kommen, dann geht es darum, dass wir klare, lustige Bilder dazu kreieren können. So wie die Mutter dir was über die Spielkarte erklärt hat oder über das rote Auto oder was auch immer. Da ist irgendetwas zusätzlich passiert. Ob das jetzt eine Emotion war, ob das ein Wissensbaustein war, irgendetwas. Und wenn ich jetzt zu dir, immer mal ins Französische hinein, kannst du dir vorstellen, du bist in Frankreich und siehst eine Kuh. Siehst so eine Kuh auf der Weide und jetzt musst du dir vorstellen, die Kühe in Frankreich, die sind so dreckig. Die musst du immer waschen. Immer wasch die Kuh. Was heißt denn Kuh? Wasch. Verstehst du, jetzt habe ich eine Verbindung mit einem Wort, das ich in meiner Sprache schon verarbeiten kann. Wenn ich jetzt nur lerne, Vokabel Kuh wasch, sagt das Gehirn, die rechte Hirnhäfte, ja, lustig? Nö. Verknüpft? Nö. Verbindung? Nö. Aber nichts, was ich verarbeiten kann. Du musst dem Gehirn einen Grund geben, warum es speichern sollte. Es braucht immer eine Begründung im Hirn. Und zum Beispiel, die Kuh um sich, die hat einen Zaun. Und den Zaun, musst du dir vorstellen, die haben die Franzosen kein Geld dafür. Die bauen den aus alten Klotüren. Was heißt ein Zaun auf Französisch? Klotür. Verstehst du, was ich meine? Oder, kann ich jetzt ganz viele so Beispiel, habe ich auch etliche, das ist eine Möglichkeit. Du kannst in Silber auftrennen, du kannst Gesamtbilder dazu machen. Es geht darum, dass ich irgendeine Verknüpfung zu diesem Wort bringe, das entweder bei mir ein starkes Bild erzeugt, eine starke Emotion erzeugt, irgendwas Lustiges macht, oder es mit etwas verknüpft, was ich kenne. Wenn ich das mache, mit einem Vokabel, ist es viel, viel leichter. Wir kennen das ja auch, wir lesen unsere Vokabeln durch, 50 Stück, sagen wir mal, und drei, vier bleiben hängen, egal was du tust, die bleiben sofort hängen, weil das erinnert dich an, ja, das habe ich schon mal gehört, das habe ich in einem Film schon mal gesehen, so klingt die Nachbarskatze, oder was auch immer. Und genau das haben wir gemacht, und das kann man strukturiert mit allen Vokabeln machen. Wie gehst du denn jetzt in deiner Methode auf unterschiedliche Lerntypen in einer Klasse ein? Das ist vollkommen egal, die Lerntypen sind nach dem Prinzip alle gleich. Also du meinst jetzt so auditiv oder visueller Lerntypus. Ja, ja. Die Basisdinge, die ich vorher erklärt habe, mit Beziehungsebene, Vorfeldebene, Bildhaften und sonstiges, das ist egal, in welcher Region des Planeten, das ist überall gleich. Das ändert sich nie. Ja, der eine möchte es dann lieber lesen, der andere möchte es dann, dass ich es ihm lieber noch zweimal sage. Das macht dann noch mal 10 bis 20 Prozent Unterschied. Aber ich bin nach Pareto-Prinzip bei 80 Prozent so viel schneller mit denen, also so massivst viel schneller, dass ich auch darauf meistens gar nicht eingehen muss. Aber ich mache es, indem die mir auch vorher sagen, wie sie es lieber haben und dann drücke ich sie entweder noch mal aus. Ich bin es, dass ich es eher ihnen erzähle mal und auch zeige. Und ich sage, wenn ihr das schriftlich wollt, meldet euch gerne bei mir, dann machen wir es so auch noch mal. Passiert bei den meisten nicht mehr, weil wenn du diese Basissinne des Körpers ansprichst, fällt das eigentlich fast immer weg. Wie machst du denn das bei Mathematik? Also das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich es schlecht irgendwie mit Bildern oder Emotionen verknüpfen könnte. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Mathe immer gehasst. Ich habe es nie verstanden, bis heute nicht. Hast du einen Mathelehrer gehabt, den du gemocht hast? Nee, ich hatte sogar einen Mathelehrer, der mich ziemlich fertig gemacht hat. Und das höre ich immer. Bei jedem Menschen, der bis jetzt zu mir sagt, er konnte nicht Mathematik, höre ich das. Ja, also ich hatte wahnsinnige Angst vor Mathe. Es war für mich ein Albtraum, ein purer Albtraum. Nicht nur wegen dem Lehrer, aber weil ich einfach dieses logische Denken einfach für Zahlen auch nicht hatte. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Also es geht bei mir komplett durch. Doch, du hast das. Hast du ein gutes oder ein schlechtes Namensgedächtnis? Also ich dachte eigentlich immer, dass ich ein schlechtes habe, aber ich muss in letzter Zeit feststellen, im Vergleich zu den meisten anderen habe ich ein sehr gutes. Du für dich. Ja, ich würde sagen, ist okay. Und dein Zahlengedächtnis? Das ist eine Katastrophe. Ist beides falsch von deiner Aussage her. Kann ich dir garantieren? Mhm. Schau mal, das sagen mir die Menschen dauernd. Ich habe ein schlechtes Zahlengedächtnis, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, ich habe kein Gefühl für Mathematik. Die werden alle, so wie du jetzt, an meiner ersten Frage scheitern. Nehmen wir mal das Zahlengedächtnis, wo du sagst, du bist schlecht. Weißt du, wie dein Zahlengedächtnis funktioniert und hast du es jemals trainiert? Nein. Und noch nie eine Frage antwortet, weil dann würden alle draufkommen, oh, ich habe ein untrainiertes Namensgedächtnis. Gibt es einen schlechten Muskeln? Nein. Es gibt einen trainierten Bizeps oder trainierte Bauchmuskeln und untrainierte. Es gibt keine schlechten. Aber es gibt keine schlechten Muskeln. Es gibt auch kein schlechtes Gedächtnis. Es gibt trainiertes und untrainiertes. Und ich kann dir garantieren, ich kann dir das schicken machen, es ist alles auf der Webseite, gehst du mal den Bereich Zahlen durch, einen Monat lang, jeden Tag ein paar Minuten, nicht einen Tag. Weißt du, du hast nicht mit einem Tag Radfahren gelernt, du hast nicht mit einem Tag sprechen gelernt und du kannst nicht im Fitnessstudio in einem Tag fit werden. Der Körper braucht ein paar Wochen, bis er sagt, ah, die will da was von mir. Und dann wirst du nach einem Monat später sagen, nach zwei, genauso wie alle anderen, mir sagen, oh, ich habe ja ein Hammerzahlengedächtnis und ich habe ein Hammerzahlengefühl. Ich wusste es gar nicht. Das Problem ist aber, wenn ich dir nicht erkläre, wenn du vielleicht eher kreativ bist, eher emotional unterwegs bist, das heißt mehr rechtslastig im Gehirn, dann tust du dir mit Zahlen und logischen Abfolgen davon schwer. Ja. Wenn man dir aber zeigt, wie du mit deiner rechten Hirnhälfte die linke mit hinzunehmen kannst, bist du sogar schneller wie die Logiker. Das ist ja auch mein Erfolg in der Schule, dass die Dummen plötzlich viel schneller sind wie die anderen, weil sie merken, oh, ich bin viel schneller. Mir hat nur niemand erklärt, wie mit meiner Denkweise das funktioniert. Das ist der Trick dahinter. Und da glauben manche ein Leben lang, sie sind zu blöd dafür, dabei stimmt das gar nicht. Das ist das eine. Und wenn wir jetzt bei Mathematik bleiben, also das Hauptfünferfach, also die meisten vor allem in Mathematik, die meisten Nachhilfestunden sind in Mathematik. Und alle haben Panik davor. Erstens einmal wird es auch schon von den Eltern und von den älteren Geschwistern immer schon suggeriert. Die meisten Mamis haben schon Panik, die geben das an ihre Kinder schon weiter. Ich hatte da Mathematik. Was hast denn du für eine Vorstellung davon? Ja, dann musst du durch, so schlimm wird es schon nicht werden, ich habe es auch überlebt. Stell dir mal vor, du bist meine Mama und ich sage, du Mama, wie ist denn so eine Ehe? Da musst du durch, ich habe es auch überlebt, so schlimm wird es schon nicht werden. Dann sage ich, scheiße, ich heirate nicht. Dann stell dir mal vor, du gehst mit dieser Basiseinstellung in Mathematik rein. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Dann ist es so, dass ich habe zwei Hauptpunkte, ich habe lange in Mathematik hineingeforscht und ich kriege lauter Mathematik-Freaks, wenn ich mit denen arbeite, die musst du raustreten. Die wollen alle Mathe, nur nicht so. Es gibt zwei Grundaspekte noch dazu. Und zwar, erstens, du brauchst in Mathematik ein Mengengrößen- und Distanzvorstellungsvermögen. Das heißt, du musst ungefähr abschätzen können, wie weit ist 5 von 700 entfernt. Das können Kinder nicht. Die sagen, ich bin so viel alt und Opa ist ur, 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 uralt. Und deswegen gibt es Kinder, die rechnen 4 mal 4 ist 2.705, weil die nicht abschätzen können, wie weit ist das weg. Das geht nicht. Es gibt ein paar wenige, die das können. Aber der durchschnittliche Kinderkopf ist vor der Pubertät nicht für Größen, Mengen und Distanzen bereit. Da müssten wir jetzt in die Gehirnforschung und Biochemie da reingehen, aber kann er nicht. Ich habe das in Weißen, wie vielen Klassen probiert. Jetzt hast du da 8-Jährige vor dir und du sagst, der Klasse bringt mir einen Gegenstand mit 7 Kilogramm. Die einen bringen dir ihr Telefon und die anderen versuchen, die Tür auszuheben. Die haben null Ahnung. Wenn du sagst, geh mal 400 Meter und bleib dann stehen. Die einen gehen aus der Klasse raus und bleiben stehen und die anderen laufen 20 Mal um den Block. Das ist null Vorstellung. Das Gehirn ist dafür nicht bereit. Es ist bereit für Kreatives, für Malen, für Zeichnung, für Lesen, für Singen, für alles. Aber nicht für diesen Bereich der Mathematik. Und dann glauben sie es ihm blöd, weil sie es sich nicht vorstellen können. Ich habe die auch alle gefragt, was ist ein Addieren, was ist ein Subtrieren? Erklär mir, das müssen wir halt lernen. Es kann kein Verständnis kommen, wenn das Gehirn nicht bereit ist. Du kannst ja auch nicht mit einem 5-Jährigen über Sexualkunde sprechen. Der Körper ist dafür nicht bereit. Und das gleiche haben wir in Mathematik. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, warum es nicht funktioniert. Wenn du, also mal, du kommst zu mir in mein Haus, kommst das erste Mal her und ich sage, hi Jana, schön, dass du da bist. Bitte bring mir ein Glas Wasser. Was denkst dir du? Wenn du das erste Mal bei mir bist. Ich bin das erste Mal bei dir. Und ich sage so als Erster zu dir, bring mir ein Glas Wasser. Ja, das würde mich verwirren. Ja, du denkst, blöd, Mann. Hey, ich bin hier. Ich weiß nicht mehr, wo so eine Küche ist. Das soll mir ein Glas Wasser bringen. Ja. Wäre komisch. Es wäre so ein bisschen so, macht eine Distanz, oder? Mhm. Der Beisatz ändert alles. Grüß dich, Jana, schön, dass du hier bist. Bitte bring mir ein Glas Wasser. Ich habe mir gestern mein Bein gebrochen und kann nicht aufstehen. Ja, das macht Sinn. Würde jeder machen. Ja. Und somit bin ich von Abwehrhaltung sofort für ihn. Und jetzt stell dir mal vor, dass in Mathematik, vor allem die ersten zehn Schritte, die wir lernen, der erste Schritt wäre zum Beispiel, warum sehen die Ziffern aus, wie sie aussehen? Du musst den Kindern ja mal beibringen, das ist eine Eins, das ist eine Zwei, das ist eine Drei, dass wir dies ihnen so sagen. Und wir sagen ihnen aber nicht, warum. Wir sagen, weil es so ist. Und das mag das Gehirn überhaupt nicht, wenn du keine Begründung kriegst. Wenn mir in der Schule einer gesagt hat, weil es so ist, weil ich der Lehrer bin, weil es im Stundenplan steht, ich war schon in Kampfstellung. Wenn mir das einer so erklären konnte, dass ich, oh, das macht ja voll Sinn. Dann war ich sein bester Freund. Dann habe ich ihn verteidigt vor allen anderen. Und wir erklären ihnen nicht mal den ersten Schritt in die Mathematik rein. Und bis zu dem Zeitpunkt durften die Kinder malen und zeichnen, also Mama und Papa oder den Regenbogen oder das Auto, wie sie sich das vorgestellt haben. Und alle haben gesagt, super. Und plötzlich dürfen sie die Zahlen nur noch so malen, wie du dir das vorstellst. Und wenn die fragen, warum kriegen sie, weil es so ist, was ist das für ein Einstieg in Mathematik? Und dann machst du den nächsten Schritt in Mathematik und dann kriegst du wieder, weil es so ist, frisst oder stirbt. Und dann kriegst du den nächsten und dann heißt es wieder, weil es so ist, das machst du gefälligst so, frisst oder stirbt. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in etwas Neues rein und die ersten zehn Schritte stellst du Fragen, die jedes Mal heißen und du machst das gefälligst so. Plus, dass dein Gehirn sich das gar nicht vorstellen kann. Und dann wundern wir uns. Und wenn du diese zwei Punkte bereinigst bei den Kindern, das würde jetzt den Zeitrahmen ein bisschen sprengen, braucht man nur mal auf die Webseite gehen, zweiter Menüpunkt, runterscrollen bis zum Bereich Mathematik, da kann man sich das auch alles runterladen, dann wirst du merken, die Kinder lieben Mathematik. Sie wollen es nur nicht so. Wir müssen es gehirn und kindgerecht machen. Dann fallen die Probleme einfach weg. Und ja, ich kann die längste mathematische Formel auch bildhaft machen, lustig machen und ich kann die so gestalten. Über Zoom immer ein bisschen schwierig, weil dieses Menschlich auch so ein bisschen fehlt, aber ich kriege das in Mädchenklassen hin, dass die Formeln auswendig lernen und die kriegen Bauchkrämpfe vor Lachen. Das geht. Das kann ich garantieren. Man muss nur wissen, wie. Ja klar, also ich konnte mir auch nie Nordost-Süd-West merken, wo was ist, bis dann eben meine Geolehrerin sagte, nicht ohne Seife waschen. Und seitdem ist es halt drin. Also seitdem stellt sich die Frage nicht mehr. Hat dann auch lange gedauert, aber... Du hast keinen Orientierungssinn oder du bist eine Frau. Nein. Es fehlt dir eine Erklärung, die für deinen Hirn Sinn macht. Das ist das ganze Geheimnis. Was glaube ich auch so ein großes Angstthema ist, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, ist es, vor Menschen frei zu sprechen oder ein Referat zu halten, eine Rede zu halten. Auch da haben wir oft Schwierigkeiten, ich sage mal, uns die Rede zu merken, selbst mit Stichpunkten. Ja, also wie lerne ich da auch, möglichst da nicht abzulesen beziehungsweise wie gehe ich dann auch mit Nervosität um? Das ist ja dann eigentlich auch das große Problem, dass dann viele Menschen so ein, ja sage ich mal, so ein Blackout haben. Was kann man da machen, um Kindern oder auch selbst Erwachsenen da diese Angst zu nehmen und sich besser auch so ein Referat vorzubereiten? Boah, wie sage ich das sehr kurz? Also Blackout habe ich genauso, einige Videos dazu. Es hat einen biologischen Sinn, warum Blackout kommt beim Körper, der will dich eigentlich schützen vor etwas und wenn wir das nicht verstehen, dann kippt unser Gehirn darauf ein und dann geht gar nichts mehr. Das Problem ist in unser Verständnis, also in unser Nichtverständnis dafür. Und zum Thema Referat halt und sonstiges übrigens die größte Angst der Menschheit. Noch vor Tod, Krankheit, Flugzeugabstürzen und Co. ist es vor vielen Menschen sprechen zu müssen. Das ist meine größte Freude. Also ich hatte letztens, glaube ich, auch vor 2500 Menschen gesprochen. Ich fühle mich einfach wunderbar damit. Ich rede dort fünf Stunden, kein Zettel, kein Nie, habe ich nie etwas. Das ist alles aus dem Kopf raus. Da habe ich richtig Spaß dran. Aber sonst wählt man auch nicht den Beruf Zauberer. Gegenteil, mein kleiner Bruder, der war in der Schule Referatsbetreiber, weil er so nervös geworden ist, dass er in Ohnmacht gefallen ist, wenn er nur vor die Gasse gegangen ist. Auch hier, das war das Problem, dass ich noch nicht wusste, wie ich mit allen Menschen lernen kann oder wie ich ihnen das beibringe. Und erst, wie er 18 geworden ist, wusste ich, wie es auch mit seinem Typus oder mit seinem Gehirn funktioniert, weil er auch eben eher rechtsgebolt war im Gehirn und ein bisschen anders getickt hat wie ich. Ja, und das war dann drei Jahre später und dann kann der sich vor 200, 300 Menschen hinstellen und stundenlang sprechen ohne einen Spickzettel, ohne etwas davon zu wissen. Also nicht ohne etwas davon zu wissen, aber ohne irgendwo etwas zu brauchen zusätzlich. Das heißt, das kann man lernen. Auch das wurde dir nicht gezeigt, plus, dass dir Angst gemacht wurde, weil du vor der Gasse blamiert wurdest oder du siehst, wie sich ein anderer vor der Gasse blamiert und das benotet und bewertet wird. Diese Benotung und Bewertung, wenn du vorne bist, die macht es kaputt. Weil das dreijährige Kind, der stellt sich vorne hin und plappert einfach. Und der Vierjährige, den ich auf die Bühne hole, also ich habe ursprünglich auch mal Kinderzauberei gemacht, kurz, wenn du einen Vierjährigen auf die Bühne holst, die machen alle mit, die freuen sich alle ein Bein aus daraus. Es kommt erst später, wenn er dann was macht, plötzlich dafür bewertet wird oder er sieht andere kommen in die Situation, wir bewerten das unangenehm, alle lachen und das kommt durch dieses schulische Bewertungssystem und dann schalten wir ab und haben plötzlich Angst davor, ohne dass wir verstehen, warum. Und wenn man diese Punkte, erst einmal die traumatisierenden Punkte, wieder löst, plus ihnen vielleicht, wenn sie unsicher sind, auch noch Techniken an die Hand gibt, wo er dann garantiert weiß, okay, diese 20 Stichpunkte, die weiß ich auf jeden Fall, weil ich eine klare Technik habe und nur wenn ich in den Raum sehe, sehe ich die schon vor meinem geistigen Auge, dann hast du einen Riesenunterschied und dann haben die sogar Spaß. So wie mein Bruder plötzlich Spaß hatte daran und wenn der Mensch etwas hat oder Erfolg hat, dann geht es eh schnell, weißt du, dann kratzen die dann, dann wollen die eh mehr. Aber wenn du von Misserfolg zu Misserfolg springst, dann wird es halt schwierig. Aber gibt es für beides Möglichkeiten, nur das in drei, vier Minuten beantworten, wird ein bisschen schwierig, habe ich aber kostenlose Videos dazu. Finde ich total witzig, weil mir persönlich geht es so, dass ich tatsächlich mehr Angst davor habe, vor wenigen Menschen zu sprechen, wie vor vielen Menschen. Also desto mehr Menschen in einem Saal sind, desto mehr geht meine Nervosität weg. Also alles, was unter 100 ist, ist bei mir totaler Panikmodus. Okay. Aber einfach, glaube ich, auch weil ich die Gesichter sehe und weil ich auch natürlich viele Leute dann persönlich kenne und die Angst, sich zu blamieren, ist dann viel größer als wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch vor tausend Leuten gesprochen, das hat mich überhaupt nicht angehoben. Aber man guckt dann eben den Leuten auch nicht mehr so ins Gesicht, man guckt dann eher so in den Raum. Es kriegt dann eine ganz eigene Stimmung, ich sage immer so, ab zwei, da gibt es eine eigene Stimmung da drinnen. Aber für die meisten ist es ja, die können noch vor zwei, drei Arbeitskollegen geht es dann noch, wenn da 100 stehen, kippen die weg. Also ich habe wirklich Leute gehabt, auch in der Zaubereich, wusste das am Anfang nicht. Ich bin ja mit 19 direkt in den Beruf eingestiegen und habe einfach willkürlich Menschen auf die Bühne gebeten, und wenn es nur darum ging, hey, sagen wir deinen Namen, sagen wir eine Lieblingszahl oder denk dir eine Zahl aus und manche sind mir wirklich fast weggekippt. Ich wusste nicht, was manche für eine Panik haben, wenn sie nur nach vorne gehen und vor vielen Menschen und einen Satz sagen. Und zwar einfaches, wie, hey, denk ich, hast du eine Lieblingszahl? Was das für eine Panik für die ist, das wusste ich am Anfang nicht. Ich musste dann sehen lernen, wen kann ich überhaupt noch die Bühne holen. Aber ja, es gibt zu all diesen Dingen Methodiken und meistens ist es eine Traumatisierung, ist oft uns nicht bewusst, es ist irgendetwas Unangenehmes passiert, weil das Kind kommt nicht mit dieser Angst auf die Welt. Welche Rückmeldung hast du denn von Eltern und Kindern erhalten, die deine Methode bisher angewandt haben? Ich habe da ganze Schreibtischladen und Kisten voll mit Dankesbriefen, wobei die Hauptaussage immer ist, ich dachte, ich bin blöd, aber ich bin eigentlich kein Genie. Vielen Dank. Das ist die Hauptaussage. Ja. Also sowohl Erwachsene als auch bei Kindern, die oft geglaubt haben, sie sind zu blöd für XYZ und dann ebenso wie bei dir mit Zahlengedächtnis, ja stimmt, ich weiß ja gar nicht, wie mein Zahlengedächtnis überhaupt funktioniert. Ja, du würdest dir auch nicht erwarten von jemandem, dass er Auto fahren kann oder ein Videoschnittprogramm bedienen kann, wenn man ihm das nicht zeigt und wenn er das nicht ein bisschen üben darf. Und dir wurde es nicht gezeigt und du durftest es nie üben. Und genau das mache ich mit denen und dann kommen die meisten eben genau auf diesen Satz drauf, ich bin ja gar nicht blöd. Ich kann ja eigentlich alles erreichen, wenn ich weiß, wie. Und ich mache dieses Wie. Also da habe ich, ja, viele Rückmeldungen, nennen wir es sehr viele. Das heißt, deine Techniken können ja auch auf das Lernen im Erwachsenenalter angewandt werden. Das sind im Prinzip die selben Techniken. Genau, das Gehirn ändert sich dann nicht. Ich mache das mit Just-Studenten, ich mache das mit Pensionistenheimen, mit Medizinern, ganz egal. Wichtig dazu bitte noch zu sagen, das sind großteils nicht meine Techniken. Weißt du, Memotechnik zum Beispiel gibt es seit 2000 Jahren bei den Griechen. Indisch-Wedische Mathematik gibt es seit 3000 Jahren. Marokkanisches Fingerrechnen habe ich nicht herausgefunden, wie lange. Aber die meisten dieser Dinge gibt es auf dem Planeten. Es ist, ja, manche Dinge sind auch rein von mir, aber das meiste wäre immer schon vorhanden gewesen. Es zeigt einem nur niemanden. Welche Vision hast du denn für die Zukunft des Lernens und der Bildung? Ganz klar auf der Webseite die ersten Sätze. Ich hätte gerne eine Dezentralisierung der Bildungsmacht. Ich hätte gerne, dass jeder Elternteil mit seinem Kind frei entscheiden kann, welche Art von Schule er wählt. Ob der jetzt sagt, hey, ich wähle die staatliche, die private, die Montessori, die Waldorf, die Rekano-Schule, die Max-Schule, die Jana-Schule, die freie Schule oder gar nicht in die Schule, weil es für mein Kind einfach nicht passt. Also diese vollkommen freie Entscheidung. Und dann Bildungsschancengleichheit für alle. Deswegen machen wir alles, was wir tun, vollkommen kostenlos. Alles auch runterladbar, keine Bedingungen auf der Webseite, ob du zugreifen darfst oder nicht, weil jeder diese Basis erhalten sollte. Weißt du, ob du jetzt eine Zauberschule kriegst, von mir ist ein Luxus gut, das brauchst du nicht. Also es ist nicht wichtig, schön ist lustig, aber das brauchst du nicht. Basis im Bereich von Bildung, von Gesundheit, das macht einen Lebensunterschied aus. Und ich möchte da, und ich habe hunderte Videos da auf der Plattform, jedem die Basis bieten. Ich möchte sagen, hier hast du einen Fitnessgutschein, also hier hast du einen Studiozugang, hier hast du einen Trainingsplan. Ob du den dann machst oder nicht, das liegt vollkommen bei dir. Weißt du, und es gibt Menschen, die hätten das Geld und die Möglichkeit, dass sie trainieren gehen und auch die Zeit. Sie tun es nicht. Das ist die freie Entscheidung des Menschen. Auch wie viel er es tut, wie intensiv, wie lange, das steht jedem Menschen frei. Aber ich möchte jedem die Möglichkeit geben. Und in vielen Regionen der Welt ist es so, wenn du kein Geld hast oder in der Umgebung nicht die Möglichkeit ist, mit einer Schule, die in die Richtung geht, dann bleibst du hinten an. Und die, da möchte ich eine Chancengleichheit machen. Ich war auch auf deiner Webseite und da habe ich ein Zitat von dir gelesen. Ich glaube, es war von dir, das war so sinngemäß. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn du vergessen hast, was du gelernt hast. So sinngemäß, oder? Das ist nicht von mir, steht auch drunter, von wem sie ist, aber ja, das lief es gut. Aber das fand ich tatsächlich auch sehr zutreffend. Ja, genau. Und wir müssen, was wir lernen müssen fürs Leben, komplett anders lernen. Wir bauen in Schulen Dinge ein, wie Glücksunterricht, Bermakultur, wie ernähre ich mich, wie koche ich etwas, wie repariere ich etwas, wie mache ich Kleinigkeiten im Alltag, von Reifenwechseln bis eine Überweisung tätigen. Aber wir lassen halt Dinge weg, wie binomische Formeln und was ist 328 vor Christus am Montag in der Früh beim französischen Kaiser passiert. Weil, vergisst du sowieso. Also wir lassen die Dinge weg, die die Kinder nicht wollen, die sie im Alltag sowieso nicht brauchen und fokussieren uns mehr auf die Dinge, die definitiv im Alltag irgendwann vorkommen werden. Ich danke dir sehr für das Interview, Ricardo, es war unglaublich interessant und wir werden noch ein weiteres Gespräch haben zum Thema Schulsystem. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.